Hey Leute und willkommen zu Apex zusammen mit Alex und André. Beide in der Videobeschreibung und ihr checkt die jetzt aus, weil die nehmen sicher Zeit für mich und ja. Ich bin cool, abonniert mich. Ja, genau. Ich werde dann wahrscheinlich irgendeine Runde jetzt einfach reinschneiden, weil ich bis zwei flussetze, dass wir das First 2 eine gute Runde haben und wir sehen uns dann. Ich bin Pathfinder, Alex spielt Lifeline und André Rez. Also Leute, wollen wir uns erstmal noch ein bisschen vorstellen, wer wir überhaupt sind, so? Äh, gehen wir da hin? Erstmal Schädelstadt, ich hasse Hüt oder? Warum? Das ist immer ein guter Loot, da landen wir immer. Da ist immer noch immer scheiß Looter, wenn ich dort lande. Aber naja. Aber das sind halt kaum Gegner. Ich möchte mich einfach abkuppeln, das wäre doch mal ne Idee, oder? Nö. Es ist schön, einfach nur auf dem höchsten Grafikerstellung zu spielen, das ist ein Traum. Grüße gehen raus an mein WC, der grad absolut kein Bock hat, mir irgendwie Leistung zu erbringen. Okay. Nice. Oh, direkt lila Rüstung. Und ein blauer Helm. Ich habe gute Rüstung, aber keine einzige Waffe. So muss das. Ich habe wirklich kein... Ich habe ein Knockdown-Schild, ich habe Granaten und mehr nicht. Ah, hier. Ne, eher 99 wenigstens. So. Oh, warum leckt mein Game so? Keine Ahnung. Ach, Alex, du bist hier unten drin. Da hinten dran, Leute. Wenn ihr eine R301 findet, ne? Das ist meine. Ja, hab schon eine. Komm mal. Das ist meine. Das ist sowas für meine. Nein! Was soll das denn? Oh, gut. 170 vor mir im Haus ins Hals. Ja. Ich duke dir noch ein bisschen. Du bist gefühlt da hinten der Einzigste gerade. Das ist gerade von dir irgendwie ein absoluter Suizid-Move. Es ist eigentlich halt wirklich. Einer low. 72er. Na, das ist aber typisch andere. André muss nur noch rushen. Oh, da darf ich dir mal was sagen. WM. Sag, du musst mir nicht sagen, wie viel Hits du dem gegeben hast. Ich habe eh keinen Plan. So, dem ist mir eigentlich eh scheißegal. Ich werde mich damit niemals beschäftigen. Ah, passt schon. Einer tot. Einer tot. Einer tot. Einer tot. Einer tot. Ihr habt da irgendwie einen Fight und ich lauf gerade nicht nur rum. Einer tot. 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 Was ist los? Sorry, Nick. Rate wer es war. Gott, mein Game lag so hart. Warum? Ja, moin wir den Fan. Wird ihr einfach mal raten, entweder in die Spritze geben oder halt langsam mal in die Zone. Ja, moin. Lass den verrecken. Ich glaube nicht, dass der gerettet wird. Ich brauch definitiv Leid. Was? Ich brauch definitiv Leid. Sollte es aber langsam irgendwie los, weil... Ah, leichter. Das, was ich brauche. Ich geh mal los, ne? Nee, das würd ich jetzt nicht sagen. Das musst du jetzt eigentlich nicht. Du hast noch Zeit. Du kannst eigentlich noch ein bisschen hier chillen. Ist doch angenehm. Wie muss es sich anfühlen, in so einer Border zu haben? Ob das heiß ist oder so? Weil wenn ja, super Urlaubsziel. Okay. Ein Squad noch? Ja, okay. Okay. Aber ich weiß wer das ist. Das sind nämlich die hinter mir. What the fuck? Was ist jetzt passiert? Können sie zwei Squads da sein? So kurze Frage. Ey, wenn wir das jetzt noch... Jetzt gewinnen wir das noch. Süße André. Weil die Runde ist jetzt noch nicht mal so scheiße. Mein Game lag. Wenn ich verkacke, dann... Äh, Hex. André, niemand ist dir böse, wenn du es jetzt nicht schaffst, ne? So... Schade. Na gut, Runde. Bis auf bei mir. Ich... ja. Ich war überall zu spät. War gut. Lass mal hier landen. Leute! Ja, lasst Hotzone an. Zweiter... zweiter Versuch. Eigentlich ungelungener Zehnter, aber pst. Ja, ein runder Geburtstag. Ja, komm, lass dann landen, wo alle spielen zu landen. Let's go. Spiel weiter mit Jumpmaster. Jumpmaster. Matsch da. Spring ab, Junge! Jumpmaster. Los geht's. Here we go. Let's go. What's to me. Mario. Mario. Meg, Donnerle ist die Bibliotheke. Da werde ich dich nämlich vögeln in der Bibliotheke. Meg, und wir sparen dich Lehrer. Family Guy ist sowas vom Beste. Ahhhh, hu hu. Was soll ich denn wirklich sagen? Family Guy? Gebt wir doch mal... Ja gut, äh... Rucksack schön, juck. Family Guy ist halt Simpsons auf Drogen, ne. Äh, der hat direkt schon ne Shotgun, hier ist noch ein Gegner, cool. Hä? Hab ich doch irgendwie... Hallo, ja, moin. Ja, ist klar, Leute. Ich bin immer weg, hier. First Blood. Good thing is not us. Ja. Da denkt Nick wahrscheinlich was anderes. Ja, so direkt ein 3er Squad in mir, cool. Nick, warum stirbst du denn die ganze Zeit? Hm, PS ist auch nicht so. Hallo Alex! Der gleiche Squad wie der mich gekillt hat. Ich glaub Alex ist am Arsch. Nein! Nein! Junge! Das war so geil! Oh fuck! Oh fuck! Die Aufnahme löscht ich sowas von nicht, Junge. Das hier war absolut geil! Ich stand echt! Hallo da! Dann hinter mir dieser... Ich hab gleich gesehen wie er eingeslide kam. Größer gehen raus, ich hab ihn aus der Entfernung 10 damage gemacht. Hehehe. Hehehe. Hehehe! Oh Gott, das hat eine Antwort! Hehehe! Hehehe! Hehehehe! Leider, zweiter Versuch! Eigentlich der 11 aber okay. Das ist nicht mehr lustig. Ist es auch nicht! Möchtest du vielleicht mal abspringen? Ja. wenn du das court unterwegs ist mein schreiber aus letzter runde war durch die wieder runter ja das schon mal ein team da wo wir landen und warum nämlich das mittel ich bin ich will machen ja gut so viel dazu dass wir wirklich test da mal was außen überall ist eine triple take ich spiel aber nicht mehr da alles bei link 2 x1 holo so holo ha fick dich ne hemlock endlich mal was ja wo gewonnen ist man sich freuen ich werde die todboxen alter stirb stört nice und man hat charmanten kill gemacht guter anfang zu einer runde mit einem kill bei mir ist jemand mama ich kann sie dann einfach so ein headshot von hinten args auch und dann kommen die aufnahme wieder in den müll schmeißen sowie die zehn aufnahmen äh neuen aufnahmen davor mama unfreundlicher nager und freundlicher nager und freundlicher nager ich habe ihn sogar gerade noch gesehen und dachte mir ja willst du ihn angreifen ich werde ihn totboxen bin ich dumm ich bin tot aber ich habe ihn totgeboxt hier sind ein paar feiner vor mir es wird gut andere ich taub ganz bis ab andere wir merken es sicher? aber das ist ganz gut dass du direkt an so einer spiel-spawne stelle gestorben bist andere denkt vor ja mann ich bin einfach profi weischt man hey bock ja zwei gute waffen aber trotzdem mit einem r 301 meine wenn ihr die findet ja auf 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 nah haben sagen wir es so auf na ja auf naaa ja ich mag aber noch ne hemlock leute habt ihr bock drauf? ne aber in der dingens hier ist heavy ammo was du brauchst in einem der kisten aber endlich mal ne gute runde wieder ja ich habe bis jetzt noch nichts geleistet HALT DIE FRENZE HALT DIE FRENZE das klang so fett du hörst dich auch das ist halt voll depressiv gemacht ich habe dir so oder nur nichts geleistet man ich will einfach nur das auf dem hier haben mehr nicht das dann auf dem ja genau ja mir hat mich noch nichts geleistet Leute kommt mal kurz zu mir ich zeig euch mal wenn mir mal wenn manche leute manchmal keine munition ist so was finden hat es gar gekloppt ja ok doch nicht hier sind blaue Penis äh ja komm alle adex damit du was leisten kannst gönn dir ich bin zu Faulenzerin was zu dem blauen Schild achso 4 bitte boi für den blauen Helm ne hab schon einen dann nehme ich den blauen Helm äh okay stos okay das ist enderhaken ja okay das ist definitiv enderhaken logik ist alle schon geloote hallo hallo ich weiß noch wer darauf bockhaft aber ja wer ein blaues visier will ne ich hab das leider schon noch alles klar ich sehe schon heute das große händler grunde so andré vorlag ach so aber kannst du bitte ich hab nur dass ich habe noch nichts geleistet kannst du das bitte einfach drin lassen ich hab eine schöne waffe namens er 301 hat ja von euch energie munition leute und wie warst du denn die er 301 in meinem inventar klar aber in meinem inventar so bleibt sie trotzdem ich finde es halt so dumm dass man erst so ein bisschen speed aufbauen muss und dann zu sliden auch wenn es realistisch ist aber trotzdem willst du auf der stelle stehen und dann auf einmal ich hoffe dass diese aufnahme nicht verpixelt wird 5 squads übrig wie viele kills habt ihr 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 6 5 5 Ich bin auch schon mal angekommen. Pfeffinders getaunt. Fuck. Lade mal schneller nach. Ja toll, jetzt habe ich das Nachladen abgebrochen. Ich war fast gerade in Schock. Hau ab, hau ab, hau ab. Die Lifeline haut ab. Ich sehe nichts. Jo ne, das ist mir gerade zu viel. Ja gut, so wieder zu. So Leute. Uns reicht's. Das war jetzt die elfte Runde. Und der haben wir übrigens noch etwas gerissen. Wir haben alle drei null Bock mehr. Schaut bei den zwei Dudes vorbei, die sich hier die Zeit genommen haben. Ja, ne, ciao. Ja. 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 Ja.